Missionsziel erreicht. Eindringlinge, Eindringlinge an das gesamte Personal. Eindringlinge müssen von der Silo-Tür ferngehalten werden, die zur Zuchtstation führt. Hart, neues Ziel setzen. Bestätigt. Missionsziel, Silo-Tür öffnen. Eindringlinge, Eindringle, Eindringlinge, Eindringlinge... за INTERNAMUEL, unverteinteliges Kalab Evechış... Da war der Revieren nicht zu tun. Hier sind wir? Missionsziel erreicht. Auf untere Ebene springen. Nimmst du mich auf den Arm? Sie sind kein Kätzchen, sondern eine Tötungsmaschine. Springen Sie. Warum ist das Ding so verflucht langsam? Soll ich deinen Zahnarzttermin vielleicht absagen? Sehr flüttelig. Missionsziel? Flammenwerfer sichern und Blutdrachengelege zerstören. Alarm. Untere Ebene infiltriert. Der Eindringling darf die Zuchtstation nicht erreichen. Sonst könnte er die Notflammenwerfer an der Wand auf das Eigelege richten. Bitte nicht tödliche Munition verwenden, damit die Gelege nicht beschädigt werden. Jetzt gibt's was auf die Eier. Achtung! Die in der Wand montierten Flammenwerfer dürfen nur in Notsituationen von autorisiertem Personal verwendet werden. Sollten Sie nicht sicher sein, ob es ein Notfall ist, dann ist es keiner. Guten Tag. Die in der Wand. Das war's für heute. Nur nicht den Kopf verlieren, den hatte ich im Auge. Der Kopfschuss. Das einzig Wahre. Der Kopfschuss. 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 Dein Spiegeleie kommt sofort. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020